Hey Leute, was geht ab zu einem neuen Video? Hier ist euer Filingsvd und mit einem neuen Video, einem Startupdate. Ja, ich halte mich noch nicht ganz an dem Videoplan, weil das soll was erstmal für Zeit wieder offline. Weil wir bauen, ja, ich bin gerade gerannt, ähm, ja, dass ich nicht aus Minecraft gekickt, also aus dem Server. Und das soll wieder ausgehen. So. Und ihr seht schon dann, direkt ist ein neues Gebäude. Ach, so, hier lang. Und zwar haben wir einen Donut Shop. Den habe ich gebaut. Außer halt hier vorne, ich habe das Gebäude gebaut und hier ist das genau innen. Hier ist die Donut Liste. Chili Donuts, hat man nicht mit zwei Is, zack, Chili. Genau. Hier ist U-Bahn, das kennt man, Polizei kennt man schon, AWP kennt man. Und hier ist auch noch ein neues Gebäude, ein ziemlich großes. Und das ist die große Shopping Mall, die hier hinkommt. Da sind jetzt schon, also, es wird wahrscheinlich noch zwei Stockwerke größer. Ihr seht ja, wie es aussieht. Laden, also laden, 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 laden. Genau. Und hier sind halt zwei Vorplätze und sowas. Hier ist halt Ding. Und ja, hier ist sonst nicht viel weitergegangen. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr es findet. Und sonst ist noch nicht viel weitergegangen. Was war das? Okay, keine Ahnung. Ähm. Und. Irgendwas hat. Irgendwas ist hier. Oder ist es nur in meinem Headset? Das glaube ich in meinem Headset. Und hier ist ein Tunnel. Zeige ich euch mal. Ja, hier ist Gitter, naja. Und zwar, was hier hinkommt, das erklärt euch, glaube ich. Und zwar hier wird die Altstadt hinkommen. Also, wir haben ja unsere erste Stadt. Das ist die Hauptstadt sozusagen. Sagen wir, nennen wir die jetzt zur Zeit. Dann haben wir die Stadt, die wir hier bauen. Die Großstadt. Hier werden auch noch Wohnhäuser hinkommen. Das heißt, ihr könnt dort auch hinziehen. Ähm. Und hier ist die Altstadt, wo man auch hinziehen kann. Und Andi dachte sich, ja, das ist hier immer sowas. Aber das ist halt nur, wenn es am Wasser oder sowas ist. Aber. Ist halt eigentlich sau unrealistisch, finde ich. Aber. Ja. Er macht das und. Also das hier. Wird auch alles noch. Weiter weggebaut und ausgebaut. Genau. Aber. So weit. So gut. Das ist ja erstmal das, was bis jetzt neu dazugekommen ist. Ja. Sonst mehr ist nicht dazugekommen. Deswegen auch nur ein kürzeres Update. Weil ich nicht weiß, ob. Also, weil ich nichts mehr zu zeigen habe und so. Deswegen. Haut rein. Lasst ein Like da. Es kommen wieder längere Videos. Keine Sorge. Aber das war halt jetzt nur eine Ausnahme, weil es nicht viel zu zeigen gab.